Hans Friedrich von Platten war ein königlich-preußischer General der Kavallerie. Er war der Angehöriger der Pommerschen-Adelsfamilie von Platten. Seine Eltern waren Hans Friedrich von Platten und Maria Elisabeth von Münchow. Sein Vater wurde kurz vor seiner Geburt von einem Nachbarn erschlagen. Daher übernahm seine Mutter die Erziehung. Leben Er begann als einfacher Dragoner im Brandenburger Leibdregener Regiment. Mit ihm kämpfte er 1686 in Ungarn. 1688 kam er zu Dragoner Regiment Nummer. Er war dort Quartiermeister und Wachtmeister. Sein ausgezeichnetes Verhalten lenkte die Aufmerksamkeit des Oberst von Haydn auf ihn. Er wurde 1691 zum Adjutanten und Cornet ernannt. Als das Regiment 1697 reduziert wurde, wurde er entlassen. Aber Maggraf Philipp Wilhelm holte ihn bald als Cornet in sein Regiment und so kämpfte er als Offizier im spanischen Erbfolgekrieg. Bei der Belagerung von Kaiserswerth und Venlo war er Leutnant. Ab 1702 wurde er Generaladjutant des Generals von Natzmar. Mit dessen Hilfe wurde er Stabrittmeister in Regiment Genstammes. 1703 war er bei der Einschließung von Geldern dabei sowie bei der Eroberung von Bonn. Bei der Schlacht bei Höchstädt, als die Franzosen unter Villa die Kaiserlichen und Styrum überfielen, wurde er gefangen genommen. Aber bald wieder ausgetauscht kämpfte er in der Schlacht von Höchstädt. 1705 findet er sich am Oberrhein und 1706 am Niederrhein. 1707 wurde er zum Major befördert und kämpfte im folgenden Jahr in der Schlacht bei Udenade, wo er sich besonders hervortat. Er ist bei der Eroberung von Lille und Gent dabei sowie in dem Gefecht bei Mons. 1709 kämpfte er in der Schlacht von Malplaket. Dort fiel er dem damaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm auf, der ihn an den König weiterem pfahl und ihm das Gut Putzermin sowie die Hälfte von Fritzus schenkte. Er blieb in Holland bis zum Frieden von Utrecht. Er kämpfte 1710 bei Duai, Bethume und er sowie 1711 bei Boucherien. Im Pommernfeldzug 1715-1716 war er bei der Belagerung von Stralsund. Nach dem Regierungsantritt von Friedrich Wilhelm I. wurde er Oberstleutnant. Am 28. Juni 1717 wurde er Oberst und 1725 übernahm das Dragona-Regiment Nummer. 1. 1728 wurde er zum Generalmajor ernannt und am 12. Juli 1739 Generalleutnant. Nach der Schlacht bei Mollwitz 1741 wurde sein Regiment geteilt und der damalige Oberst Karl Friedrich von Posadowski bekam daraus sein eigenes Regiment. Am 12. Mai 1743 ernannte ihn Friedrich II. Zum General der Kavalerie, ob er je davon erfahren hat, ist unklar, da er am 17. Mai 1743 in Morungen starb. Familie Er war mit Hippolyta Juliane von Podewilz verheiratet. Sie war die Tochter des Brandenburger Obersts Matthias Georg von Podewilz. Das Paar hatte mehrere Kinder. Du bist la Friedrich Lemniskate Sophia Susanna Charlotte von Kokschi, Tochter des preußischen Ministers Samuel von Kokschi. Leopold Johann Lemniskate Dorothea von Eichstätt. Sophie Anna Lemniskate 1743 Hans Sigismund von Zieten. Johanna Friederike Lemniskate 9. Juni 1740 Otto Friedrich Ludwig von Hirsch.